Wie weit können wir den Kanto-Pokédex bis zum 8. Orden füllen, wenn wir nach jedem dritten Booster-Pack einen Orden erhalten? Ja, in Prismania City wartet schon wieder die nächste Arena-Leiterin, und zwar die gute Erika, auf uns mit ihren Pflanzen-Pokémon. Ich würde sagen, Pflanzen-Pokémon haben wir auch schon mal ein paar Einträge sammeln können bis hierhin. Deswegen schauen wir mal, wie gut wir weiterhin vorankommen, und zwar mit dem Pflanzen-Starter Bisasam. Dann haben wir das Dratini, ein Fucano, Kleinstein, dann haben wir tatsächlich Erikas Einladung in ihre Arena. Okay, Magneton, Nidoqueen, Magnetilo in Reverse, dann haben wir das Maschok-Illustration-Art-Rare, oh mein Gott, und wir haben Pantymos dahinter. Leute, liebend gerne Like und Abo dalassen für dieses geile Artwork, und natürlich um den Pokédex weiter zu vervollständigen.